Ich prank jetzt den Döner-Mann meines Vertrauens. Ja, hallo, hier ist der Hans-Peter-Kurz-HP. Bin ich da bei Alibaba? Ja, richtig, Alibaba-Döner. Ja, ich wollte mal fragen, warum heißen Sie eigentlich nicht Alimama? Hallo? Papa, soll ich Schleimann ran? Weil ich habe Sie gerade nicht verstanden. Hörtet Sie mich denn? Ich bin der Hans-Peter, hallo. Ich bin Herr-Ich-Wann. Hallo? Lass warten! Also, ich wollte kurz was bestellen, gell, zum Abholen. Ich nicht, Kollege, nicht Abholen. Ich bin, ich nicht Lieferung. Sie müssen selber kommen, selber laden, Geppad. Ja, ich würde kommen zum Abholen, gell. Ich hätte gern, ich hätte gern zwei... Ja, ich hätte gern zwei Döner, zwei Döner mit Schweinefleisch, gell. Ulan, du Spaß machen, ulan, ulan, was machen, ulan? Du, ich mache keinen Spaß. Ich will zwei Döner mit Schweinefleisch, gell. Hallo? Ulan, warte, ulan! Hörschneimann, ulan! Ich bin kein Schwein. Ich bin Müslungan. Ich bin nicht Schweinverkommen. Ich bin... Ich sag ja auch nicht, dass ihr Schwein sind. Ich will einen Döner mit Schweinen. Ich... 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 Sie ist Schweinverkommen. Hallo? Ulan, warte, warte! Ich bin nicht Müslungan. Ich bin nicht Schweinverkommen. Ich bin... rief, rief... Hallo? Hallo? Ulan, warte, warte, warte! Ja, kann ich jetzt meinen Döner abholen, oder jetzt? Ja, Kollege, Döner abhören. Ich bin nicht Levering. Ich bin ab. Ich bin laser, laser. Stell dir mal, laser, meine Güte. Ich bin laser, laser. Hallo? Ja, was war das? Ich bin laser, laser. Sind Sie jetzt noch dran? Hallo? Was hätten Sie Herz? Also, mein Vater ist bei der Polizei. Ich zeig Sie jetzt an, gell? Hallo? Oh, nein! Halt! Halt! Vielen Dank.